Moin Leute und Willkommen zu einem neuen Video und heute spiele ich Minecraft, aber die ganze Welt ist ein Wüstenbiom und wie ihr vielleicht seht, Holz, also eine wichtige Sache in ganz Minecraft, gibt es hier nicht. Wir versuchen Minecraft durchzuspielen, aber halt ist alles Wüste. Okay, Lavasee und Wasserquelle nebenan. Ähm, merke ich mir, ist relativ nah am Spawn. Hm, wait, 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 wait. Wie viele sind das? Da hinten ist eins. Wait. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das beste Dorf der Welt. Und eine Blacksmith. Sechs. Cool. Sechs Weizen vorkommen. Ich muss jetzt nur noch ein Haus finden mit Crafting Table, aber jetzt erst mal ein Haus mit Chest. Das heißt, das heißt, Essen. Sehr gut. Äh, wir hätten hier dann auch ein Boy, der tradet uns Tools und Eisenschwert. Nehm ich, nehm ich, nehm ich. Sehr gut direkt. Eisen, mehr Essen. Und die Rückbrustplatte nehme ich. Da. So, das bedeutet, wenn wir jetzt ein Librarian finden, würde ich mir kurz Weizen holen. So, und dann würde ich Eisengolem fighten. Ist drei Blöcke auf? Okay, ja, es ist keine Erhöhung hier. Sehr gut. Ow. You know what? Auch wenn es fettüberflüssig klingt, das ist super praktisch für die Heuballen. Ah, die spawnen neu. Ne, Digga. Ich habe doch vorhin noch gesagt, ich glaube nicht, dass Fletcher spawnen. Er ist gespawnt mit dem perfekten Trade. Und ich liebe dieses Dorf. Einsteckpfeile. Drei Steckspfeile. So, der Bogen dürfte ein Emerald gleich kosten. Ich habe drei Steckspfeile. Ich nehme zwei Bögen mit, ja. Bin da komplett geänkelt. Mach mal da ein Edit draus, Bro. Das ist ein Letztes. Bis zum nächsten Mal. Er hat ne Jump Attack gemacht. Niga, der will mich ja so hart weg töten. Nix muss hier ne Blöcke. Nein! Oh, zum Glück, es war nicht viel. Oh. Ja, gut. Richtig, passt jetzt richtig. Oh. Mein Leben sehr glücklich jetzt. Feuerzeug. Glück gehabt. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht irgendwo in der Mitte von eisenlich irgendwas gespawnt. Bitte spawn mich auf Nether Wastes. Offene Fläche. Brimson Faust. Brimson nehme ich. Wären da nicht so viele Peglins und Horglins und so. Mach mal kurz. Das ist, äh, äh, zwei, drei. So, Homepoint. Egi. Benelda muss auch erst mal laden hier. Da ist Gravel. Higa sind das viele. Ja, wie dann braucht der Scheiß zum Laden hier. Der Best. Oh, wie, wie. Ich die nie gesehen hab. Wunderschön. Ein paar Brutes, die gefährlichsten von denen. Absinthe. Mit Abstand. Ähm. Nur eine Axt haben. Das ist eine Bridge Bastion, ne? Really, eine Treasure mit dem Schatzraum wäre cooler. Also praktischer. Cool ist die auch, natürlich. Geh, Digga. Boah, Digga. Ich mach extra so einen Jump und krieg trotzdem Scham. Die sind wirklich wichtig gegen Ogi-Hugglands. Ega, wieso ist dieser Crimson Forest so giga groß? Ich krieg jetzt aber. Egi-Hugglands. Real Talk? Maaann. Komm doch. Why? Warum sind die aufeinander, Bro? Seit wann können Hoglands sich stacken? Scheiße, Digga. Amanda. Velcro.